Hallo, ich heiße Charlotte, ich wohne in Breinbach und ich werde mein Praktikum im Katharina Konvent in Bruglu, Nordrheinland. Mein Name ist Tavea Getwitte aus Bromtippe, Osnabrück und ich gehe im Oktober als Praktikantin in den Santa Katharina Konvent in Oslo und das Bild, was ich vor mir habe, ist das eines weltoffenen und sportbegeisterten Norwegens. Hallo, Martin Schäfer aus Weisenfels hier. Meine Arbeitsstelle wird die St. Paul Gemeinde in Bergen, Norwegen sein. Und wenn ich an die Zeit dort denke, dann denke ich daran, Pater Lukas viel zu unterstützen, aber auch viel Verantwortung übernehmen zu müssen. Und was verbindet mich mit Bergen? Nun ja, nicht nur dort ist die Sonne ein Fremdwort. Hallo, mein Name ist Tobi, ich komme aus Billerbeck und mache mein Praktikum in Bergen in Norwegen. Ich freue mich auf viele neue Erfahrungen und dass ich mindestens genauso abenteuerlüftig bin wie die Norweger, das seht ihr jetzt. Das fühlt sich gut! Wooo! Baby! Das fühlt sich gut!